ja sie gute Leute herzlich willkommen zur nächsten Runde Challenges of Green Chaos mit dabei ist das Fuchs Moinsens Jo läuft auf jeden Fall ja und um die heutige Challenge ist wir dürfen nur verzauberte Rüstung und Waffen verwenden schon ganz schön fress oh yeah oh yeah oh alter ich hab da F-Fraps noch gerade auf ne und ich seh einfach oben wie meine FPS-Zeit einfach bloß in die Höhe geht alter das ist nicht mehr normal also gerade bin ich bei 700 FPS 800 900 1000 eskaliert Jo was soll denn das dass ich bei Minecraft im End drin war also mein Computer noch neu war mit der Zeit geht das halt nicht mehr so aber ich kaufe mir eh demnächst eine neue Grafikkarte oh was war einer alter läuft bei mir richtig aber ich finde einfach keine Waffe so ging es mir vorhin übrigens wir haben vorhin schon eine Runde versucht aufzunehmen und dann hat es so rumgepackt ich bin runtergefallen weil die Enderbälle gespackt hat was passiert ich fall runter und falle und falle und es gibt einfach gar kein Ende mehr Jo wahrscheinlich oder nochmal vier Erfahrungsflächen Stock kann man nicht verzaubern oder Jo fünf Erfahrungsflächen nochmal Alter welches Level bist du? äh keines Level 8 ne ich bin wirklich keins ah du du bist Level 8 oh mein Gott das noch einer lo 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 läuft bei dir oh nochmal zwei Erfahrungsflächen Level 10 also Level 8 hast du überhaupt schon eine Waffe? ja jetzt habe ich ein Schwert jetzt würde ich da noch einen Chanten gehen oh mein Gott alter und ich habe auf meinem Schwert natürlich ne warte nein ich hätte ich geh nochmal kurz nachgucken also bei mir läuft gerade richtig man ich habe noch nicht mal eine Waffe ne ne ich habe hier nur so ein Enderauge ja ja und ich habe halt noch mal eine Enderpealen zack so hä hä ich dachte du hast ne Waffe hast du vor allem grad gesagt hab ich auch aha ok boah jetzt habe ich gerade ein bisschen lext gehabt äh ich habe auch mal mit was für ein Programm nimmst du auf oh ne wir waren hier schon wir waren hier schon und was für ein Programm nimmst du auf? ja das habe ich auch manchmal hast du auch deine FPS Anzahl auf unlimited ja ok jo hast du deine FPS es sei normal hallo äh du weißt schon du darfst keine ähm Rüstung anziehen die nicht verzaubert ist also ich darf sie nicht anziehen ne du darfst sie gar nicht gebrauchen habe ich ja gesagt so lol 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 yo ja ne scheiße der respawn jetzt nämlich sagt wer boah jetzt hattest du noch mal richtig Glück ja lass mich in Ruhe ich hab dir nichts getan hier nimm die Kopfbedeckung die ist zwar nicht verzaubert aber trotzdem nimm sie und lasst mich oh scheiße da komm ich gar nicht weiter oh mein Gott oh mein Gott ja hahaha ok tt aber es ist best of free weil die Runde zu kurz war ja ok dann mach ich hier in Karten dann sind wir uns gleich wieder tschüss jo Leute da sind wir wieder mit der Map Winter wie ich sehe ja die kenne ich das ist eine der zwei eine der drei einzigen Maps die ich kenne ja also vom Namen her ist das so ich kenne nur drei Maps vom Namen her Desert Town Winter eben und ähm Flowing Hills äh Flowing Islands oder wie das auch immer heißt Desert Town ist auch noch geil ne ich hasse die ich verliere da jedes Mal ach komm schon das kann doch nicht sein alter jetzt hab ich schon 5 Level alter aber immer noch keine Waffe oder so oh ne ich weiß nicht mal wo hier der Enchanter ist ich weiß wo der ist ich weiß wo der ist nein alter das ist Grundlage dafür für diese Challenge und ich weiß es nicht ich weiß eigentlich so grob fast überall wo ein Enchanter ist weil ich hab das schon richtig auf meinen Kumpel gespielt ach ach nein auf Hotkey 1 kommt zack du musst hier irgendwo sein du hast sicher schon ein Schwert nein ich? ich hab nen Bogen aber ohne Fighter ja hast du ihn verzaubert? ja ernsthaft? oh ne ich wusste du hast schon was alter shit ok dann jetzt finale Runde bis gleich jo Leute das sind wir wieder mit dieser und ich hoffe ich weiß wo hier der Enchanter ist ich bin mir nicht ganz sicher und ich glaube ich weiß es ok aber ich hatte am Anfang keine Truhe das war ein bisschen frech oh gehst du weinen? ja oh also ich hab immer noch ne der Enchanter ah doch jetzt glaube ich ich weiß wo er ist ah mann 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 ne doch nicht gibt's hier überhaupt einen Enchanter auf dieser Map keine Ahnung also du weißt auch nicht wo er ist also hier auf der Map die hab ich eigentlich gar nicht gespielt hier verliere ich auch meistens aber wie gesagt ich dachte ich weiß wo der Enchant ist guck mal ich bin jetzt hinter dir ne oh fuck ich wollte dich in die Lava schubsen willst du mich jetzt boxen oder was? ja yummy 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 hä du hast keinen Rückstoß ich bin doch gerade zu dir gelaufen oh mein Gott jetzt kannst du mir die ganze Zeit hinterher oder was? das ist ein Faustkampf oder was? ja okay du gewinnst du gewinnst boah alter das Erkrankte du gewinnst du gewinnst ja Ohro noch ein Halbherzen Chi Chi okay ich würde sagen das ist die zweite Challenge von Sechsen die ich gewonnen habe okay peinlich aber wahr so ich würde sagen war ne geile Runde schaut auf jeden Fall bei ihm auf dem Kanal vorbei äh da wird es auch noch ne Challenge geben tschüss 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 so Untertitelung des ZDF für funk, 2017